Nice Irgendwie hast du das Schiff Defensive Measher, so dann musst du... Ah, okay Hier in der Mitte... Oh, 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 ja, nein! Come on, das muss gehen Ja, 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 jawoll! Ich mach nicht mal was. Es macht's automatisch, dass es sich dreht. Hahaha Ach, wie gut das war, man. Holy shit So, also, lass dir doch mal die Mission starten.